WDR mediagroup GmbH 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 from Guinness World Records perspective. I also have Denise Ritzman here. She is a vehicle and drifting expert, giving me her very professional opinion. She's a very accomplished driver. Zum allerersten bin ich Prüfingenieurin bei der DEKRA und kümmer mich um Fahrtag und die Verkehrssicherheit und Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges. Und als zweites bin ich in meinem Privatleben zweifache Europameisterin im Driften, also beste Frau. Daher als Expertin jetzt hier. Gerade die Strecke hier ist extrem schwer, weil es unterschiedliche Gripverhältnisse sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Wir haben alles richtig. Für die Kori muss man einen ganz schönen Tag an die Fahrzeugen zu überlegen. Und nicht so. Ich bin einfach so weit. Ich bin froh, dass wir uns sicher nicht sicherheitsde�ignen deploymenten. Ich bin froh, dass du am besten bist! Die Fahrt ist sehr cool. Die Sache ist, dass man die Fahrt nach hinten rauskommt. Man kann das mit viel Kraft benutzen, weil es ein Radfahrer ist. Aber wir versuchen, dass es so effizient als möglich ist. Ich benutze die Fahrt nach vorne, benutze die Fahrt nach vorne, und dann ist es wirklich effizient. Auch wenn ich eine große Angle habe, ich habe die Fahrt nach vorne, und die Fahrt hat mir gebraucht.